Ich brauch den HANISH, ich brauch den HANISH Ich brauch den HANISH Ich brauch den HANISH Jawoll, hast du den HANISH? OOOOH LOD LOD, geh weg, geh weg ZAMBI 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 Hey Leute und willkommen zu einer neuen Runde Survival Games mit Red Shadow aka Manuel Hallo Ja Auf Priest's island 2 und ich spiel immer noch mit meinem Geilenskin Ich hab alles bekommen Ich auch Nice Und ihr seht jetzt eine Survival Games Runde bei mir und danach seht ihr auf Manuels also Red Shadows die Stroining eine Runde Ich hab, ich hab das Steinschwert bekommen. Boah, sorry, meine Mutter war kurz hier. Sie hat mir gute Nacht gewünscht. Äh, der eine hat, der eine hat mich die ganze Zeit gehittet. Hast du das Steinschwert? Ja. Oh, la la. Dann hast du ne Käpt'n Hanisch, oder? Jo. Äh, ja, sorry für diese kleine Unterbrechung. Aber ich hab mich eh noch gemutet, also sonst hättet ihr von meiner Mutter die Stimme gehört. Dann hättet ihr Ohrenkrebs. Jo, Mann. Gehst du hoch, oder soll ich hoch hin? Äh, ich geh nicht hoch. Gut. Ah, da geht Riccardo hoch. Äh. Der packst mich bestimmt von ganzem Berg runter, da bin ich tot. Hä. Nee, nee. Äh. Steinschwert hast du schon, oder? Hast du gesagt? Ja. Er geht jetzt da rein. Also ich hab schon halbwegs gute Rüstung. Also meine Rüstung ist eigentlich schon gut. Sagen wir mal so. Hast du ihn gefällt? Nice. Ja. Sehr schön gemacht. Lol, er hatte vier oder fünf Angeln. Lol. Kannst du mir geben? Äh, gib ich dir gerne, du Hure. Äh. Ich hab vielleicht Rüstung für dich, oder so, wenn du was brauchst. Ich brauchte noch einen Helm und Kettenharnisch und Ketten... Oho, ich hab schöne Sachen für dich. Äh, nee, Schuhe hab ich leider nicht. Äh, Schuhe hab ich eh, Goldschuhe. Komm her, äh, das, das, was brauchst du noch? Das, das, danke schön. Beide Eisenhose, nice. Lol. Sprengt einfach mal runter. Soll ich dich pusten? Nee, kein Bock jetzt auf den. Was macht man noch? Warte, hast du schon den gebratene Fisch da hinten geholt? Nee. Dann hol ich ihn mir. Ist schon weg, oder? Jo, scheiße. Er hat sich bestimmt einen guter. Also, du hast Ahnung vom Spiel hat. Lol, da ist eine, der gar nix. Wieso sollt ihr Ahnung vom Spiel haben? Weizen. Muah. I love it. I love it, I love it. Gott, fünf, genau, perfecto. Perfecto uno. Perfecto. Lol, wissen. Oh, der ist unten. Ich hatte gerade Aussetzer. Hatte ich gerade die ganze Zeit. Also, wenn ich mal auf deine Frage nicht antworte, sag sie zweimal. Oh Gott, kein Bock ist da runter. Hast du gehört, Mario? Ja, ich weiß ja. Nein, ich mach kein Team. Ja, egal. Lass sie. Oder der, oder das. Und der ist. War ich im Sessen. Boah. Ich bin so ein Fehler. Bus ist mich wieder ganz zurück, du Spast. Sorry. So, hast du Pfeile. Der Brick. Oh, ich Pfeile hab ne. Hinter uns. Wie heißt der Einstieg irgendwie? Leck. Kein. Lord. Pfeile. Ah, sorry. Komm, ich sie bitte. Dankeschön. Perfekt. Das ist diese Aussätze, Alter. Ja, der vortest du sie nicht. Ja, keine Ahnung. Babo, 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 Babo. Jetzt so, scheiße. Lo, der lebt, Alter. Wie so ein Kuchladen oder so. Ich brauch den Hanisch. Sprach den Hanisch! Ja, Wall. Hast du den Hanisch? Oh, Lord. Lord, geh weg, geh weg. Geht schon, geht schon. Habe ich irgendwas noch? Nee. Ja, okay, der hat ne bessere Range, wenn der hier reinspringt. Ich weiß. Jetzt, jetzt haben wir gleich eine Range. Ich meine, nee, hat jetzt ne bessere Pärzere. Was, ich... Bus mich, bus mich noch. Na, 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 na. Schaffst du sie? Klapp schon. Sehr gut. Ich hab nicht mehr viel Leben, vier, aber... Er ist auch gleich tot. Lol. Nee. Oder? Komm, jetzt, Mario, du musst den töten. ich habe hunger fack ich habe nicht mal was zu essen hatte da ich lasse die vier pfeile auf dem weg liegen und paladin ab nein doch nicht das ist jetzt hinlos ich habe eine pfeile verschossen was zurückgepackt oder was da oben auf dem haus habe ich gerade einen rumspringen gesehen ich mache jetzt 5 modus aber wenn er sich umdreht und mir eine schalle gibt kann ich nicht mehr regenerieren Lola sich so schwer zu spielen ich bin ja nicht in der 5 modus doch das hat style ich muss kurz essen du kannst mit der Angel richtig scheiße umgehen, kommt mir vor ne Moment ne ich mein mit der 5 modus ey ich bin im moment voll kacke mit der Angel vollkommen ich mach nochmal bevor du irgendwie voll behindert schiebst ne ne ich kann nicht sterben lol ich glaube das ist ganz gut das Jump Runder ohne einen Phil ich auch täte den ist der runter er ist gleich tot ich habe ihm zweimal einen fetten Hit gegeben er ist tot nice 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 hast du was zu essen für mich war der war gut da doch ne ich hab selber nicht oh mein Gott muss ich Kekse essen ich hab nur noch rohes und rohes Zeug der hat ja auch 210 Punkte also ist ganz ok boah aber ich kann ein Brot craften ja da müssen halt Tiere düten komm ne ich geh jetzt in der Oster rum und suche den Gegner gut aber da steht ein Schwein auf dem Baum drauf so so bämm bämm die Runde läuft schon mal ganz gut jo beide fast voll oh was bist du oh hast du schon ein Weizen ein Weizen oh ist ein Weizen jo oh verdammt was nach nun ist unsere Route ich glaube nach Süden ja nach Süden ist die andere Route lol da oben ist ein Team die snipen uns hä ich sehe den nicht hast du einen Bogen für mich? ne der hat aber voll Iron oh schon wieder meine Mutter alter ich glaube jetzt stehen schau ob er mich trifft ne ich verschieße jetzt nicht nur meine Pfeile das ist sinnlos die können ja nicht runter fliegen oder? hm wenn sie sich dumm anstellen vielleicht hä? hab ich den jetzt nicht gehütet? keine Ahnung sauber na egal ich verbringe jetzt nicht meine Zeit mit denen oder? ne gehen wir hoch? ne 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 hoch hoch gehen tun wir fix nicht ey der hat hm wenn der uns da runterhütet dann wird er tot ja stimmt lassen wir so lieber kämpfer sind kämpfer sind hast du heißen? ja lock da du nimmst du danke äh 3 ne nicht 3 4 3 weg 3 lock wo sind die? keine Ahnung da rum alter die chillen die ganze da auf der linken seite beim berg ja da ich weiß chillen die ganze leben darum hat der gerade wieder einen aussitzer aber man merkt es eigentlich nicht richtig du redest das ist eh gut also es ist halt still lol ich wollte nicht gar nicht hitten da will man erstmal nicht dann hittet man naja naja sind dann immer die behinderten Ausreden von dir du schwachtel leger schwachtel du verfettete Fettzaur mit deiner verfetteten Fett la la wasch niemand sind die überhaupt Emerald äh Emerald sind die überhaupt premium? das nicht wein neuer hab ich boxt das boah verdammt ich bin jetzt ganz runter geflogen vor Leber nach schon noch alle ich bin jetzt was sie geflogen weil ich das Schwein töten wollte dann Pam manche Wasser hier hier bei dieser Kiste gibt es schutz 4 äh also schutz sicher 4 Goldschuhe das ist ziemlich gut weil wenn du jetzt diese Map ist also sag ich mal alles voller Wasser und wenn die alle mit den Bogen auf die Spamen dann ist das so gut oh mein Gott zur Mitte scheiße die haben bekommen den ganzen Loot doch vielleicht sind sie nicht mal in der Mitte doch sonst töten wir die schalala boah ich hab Schuhe für dich ja ah das sind welche in der Mitte der eine hat voller Hühnern ja komm wenn wir den Dierschwert oder so haben ja und ne Leute hast nicht geheitet nicht ge heightet ich ich doch hier wieder komm her ich du hast keine Skill er ist tot er hat man auch gehört der 2 weg lol ich darf mit Schnee da liegt noch ein Eisenhanisch brauchst du einen Helm Eisenhelm ne doch brauchst du ne ich hab gerade einen gefunden ah gut weg 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 ich habe eh schon genug gutes Essen weg weg das behalte ich mir mal weg ne egal da kommen welche runter noch gar nicht geschaut ob die alles gelootet haben hast du jetzt schon geschaut oder ne ich schaue jetzt auch noch mal durch ja die haben schon alles ne da ist noch ein kürz kuchen wixer wie ist das soo jaa oh nein wo kann man da runter ah da rum komm lass den Vulkan gehen und zu dieser Realtest die ganze sache hier du hast da in der Kiste übersehen du Noob ne da ist nur nix mehr drin was ich gebrauchen könnte doch weiß dann vielleicht Spinnenweben TNT Pfeile kann alles da drin sein ne komm da war jetzt ein TNT drin ja bei mir war ein Spinnenweben drin gebackenes gebackenes Ding ist zum Beispiel extrem gut gebackene Kartoffeln da finde ich geil dass wir das in normalen Chester auch gemacht haben weil die sind eigentlich richtig gut boah hatte ich gerade einen Monsteraussetzer alter wieso ja was ist was ist ein normaler und was ist ein Monster Monsteraussetzer ist länger als normal ja halt wieder als ein Aussetzer bei Monsteraussetzer kann ich mich da nicht mehr bewegen jetzt haltest du auch wieder ein Aussetzer oder ja boah krieg mal dein Internet Computer whatever in Griff ja werde ich ihn in der nächsten Zeit dann eh zu einer einer halb herzen soll ich dich tot machen nee nee lieber nicht so ich höf da drin jetzt meinen ganzen shit up ich bin jetzt in der 5-Modus ne das ist die Gucke was stirbst du da noch in doppel F5-Modus ne ne wirklich nicht ha am spawn sind zwei Leute hey bist du schon wieder da drüben ich bin noch in der Höhle ne wo bist du denn du jetzt genau warte ich wegsirb du stirbst du ne die sterben warte warte bist du ein Abstauber war ohne Witz fick dich ich fixe beide und was macht er kommt her einen Schuss und dann ist er tot ist er vielleicht n ne ne naja ich habe acht gold hast du Apfel ja ich hab drei Äpfel lass das mal mach schnell ich hab schon noch das ganze Essen und so das wollte ich nicht ich hab die extra weg geschlagen ist nur noch einer Locker I say lass mich den killen oh jetzt habe ich dich gehittet wir schlagen den jetzt mit der Hand so geht ja weil ich es gab schnell was müssen in den Lababoxen ist ne 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 nicht in Laben okay ähm fünf Pfeile 11 ich hab acht ja ist egal was passt schon eins zwei wie viel TNT 3 ich hab zwei verwende eins jetzt sofort okay wie viel Leben hast du ähm eins fehlt mir ja ready oder ne 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 ohne goldenen Apfel schmeiß ihn weg schmeiß ihn weg hab ich schon gegessen hab ich schon gegessen drei ne verpiss dich drei zwei nee da darfst du keinen Bogen verwenden du hast du nimmst auch sonst immer Gold Apfel schwarzt ja und okay ready go fix mich immer so einander du Buchtel deine fetten Bogen-Squills Gott ich hab ich wenn meine immer zurückgepackt oder deine das ist nicht ich hatte noch alle Herzen ja das ist wegen dem Gold Apfel ich brauche vier Hits damit du wieder also du hast ja Regeneration drei oder zwei keine Ahnung ne Regeneration war schon fertig ja egal egal nice Runde ich hoffe es hat euch gefallen und meine positive Bewertung würde ich mich freuen Red Shadow ja ich würde mich auch für Mario freuen dass ihr eine positive Bewertung da lässt jo Manuel ist natürlich in der Videobeschreibung und schaut auf jeden Fall was seinem Kanal vorbei und da ist noch eine Runde mit mir naja jo und das war's tschüss tschau bis zum nächsten Mal tschau bis zum nächsten Mal tor Vielen Dank.